So, jetzt sag doch mal, komm, wir haben bei Troschi einen Gutschein-Code gemacht, jetzt mach du mal einen Gutschein. Also ich mache 15% Gutscheine mit, ähm, breiter als Markus. Kannst du rein machen. Joe, mach rein. Ja. Und hier eingeblendet. Ja. So, aber du wolltest mir gerade erzählen, was hast du denn alles außer Leitprodukte zugegeben, die nicht so gut waren? Wir müssen ja da leider ein bisschen ausholen, ne?